Rambo the Video Game Den kann man sich heute immer noch reinziehen, wer den Film noch nicht gesehen haben sollte, unbedingt nachholen, denn Rambo Teil 1 ist wirklich ein absolutes Meisterwerk. Teil 2 und 3 waren dann schon eher so trashige Gewaltorgien, Teil 4 dann mit dem alten Sylvester Stallone war wieder richtig gut und jetzt haben wir hier Rambo das Spiel. Ja es ist kein normaler Ego Shooter, sondern ein Railgun Shooter, bedeutet die Gegner ploppen vor dir auf und du musst eigentlich nur die Waffe bedienen und Punkte sammeln. Das Ganze kennt man von früher noch aus den Automaten in den Videospielhallen, ist auf jeden Fall ein ganz cooles Genre, ich spiele es selber ganz gerne, besonders wenn man so eine Lightgun in der Hand hat und ja jetzt erleben wir die Story von Rambo. Die Grafik ist natürlich absoluter Trash, das Gameplay absoluter Trash, die Stimmen, die ganze Untermalung, es ist wirklich ein trashiges Spiel, aber irgendwie, ich weiß nicht wieso, Finn ist doch ganz anziehend und auch ziemlich interessant und wir legen jetzt direkt mit der Story los. I'm here today to talk to you about a man who killed dozens. John Rambo. And it's good that he's dead. This man enlisted in the Army when he was 17. He was in Vietnam by his 19th birthday. We taught him to kill. We taught him to survive. In 71 that was put to the test. He was captured by the North Vietnamese. And one by one, over seven months, they tortured Rambo's unit to death. This man in a nine SEBoT ist nach MALE. You think I am stupid? You think we don't know about the rescue mission? I know. Mission, coron? So, was will you tell me to keep this man alive, huh? Until only he and Staff Sergeant Elmore Barry remain. John, listen man, the chopper's coming. We just need to stay alive. Ähm, nein, ihr habt keinen Augenkrebs. Und ja, wir sind im Jahre 2014. Das ist die Grafik von Rambo. Ja, und wenn ihr hier drüben mal auf den Gegner achtet, die sehen wirklich alle 100% gleich aus. Und wir kämpfen hier nicht mal gegen Vietnamesen. Nein, Amerikaner mit nem Bambushelm. Wieso keine Schlitzaugen? Wegen Rassismus? Rassismus in Videospielen? John Rambo, der Rassist. Ja, okay, wir können ja auch in Deckung gehen. Wenn wir nachladen, sollten wir schauen, dass wir immer schön in dem gelben Bereich drin sind. Denn so bekommen wir 200% Munition und können hier eben noch schneller die Gegner aus dem Weg räumen. In Deckung gehen, nachladen und ballern. Jetzt haben wir ungefähr den Sinn des Spiels erkannt. Immer schön schauen, dass wir hier die Punkte hoch treiben. Man sollte auch schauen, wie man in Deckung geht. Denn wenn ich jetzt hier so zur Seite gehe, dann werde ich 100% gar nicht getroffen. Wenn ich nur nach unten gehe, können eben die mich noch treffen und so weiter und so fort. Aber die Grafik ist doch der Hammer. Also die kann man sich doch wirklich reinziehen. Besonders hier dieser Regen, die Wassereffekte in dem Spiel sind der absolute Shit. Jetzt sind wir hier im Rage-Modus. John Rambo heilt sich natürlich, indem er durchdreht und Schlitzaugen, die eigentlich gar keine Schlitzaugen sind, in den Schädel ballert. Okay, weiter geht's. Einer noch von hinten. So ein richtiger Gauner. Okay, in Deckung gehen. 200%. Die Steuerung geht eigentlich ziemlich gut von der Hand. Ich habe es mit dem Controller gespielt, da ging es gar nicht. Ja, also Controller kann man hier vergessen. Auch wenn man die Playstation 3 oder Xbox 360 Versionen spielt. Maus und Tastatur ist hier auf jeden Fall King. Man, der Gesichtsausdruck, als hätte er sich in die Hosen geschissen. Aber so schaut Sylvester Stallone wirklich. Da haben sie also wirklich in guten Silvester ziemlich original eingefangen. Die Stimmen übrigens, hier aus den kleinen Sequenzen, die sind original aus dem Film übernommen. Alles klar, wollen wir die Granate verwenden? Natürlich wollen wir raus damit, in Deckung gehen und die Show genießen. Ein bisschen Lebensenergie wäre auch eine geile Idee. John Rambo hier wieder in seinem Rage-Modus. Get to the Chopper! Die Dinger hier drüben explodieren nicht, werden wir gleich rausfinden. Da hier sie brennen, aber irgendwie explodieren tun sie nicht. Doch, sie explodieren! Man muss nur länger drauf feuern. Siehste, wieder was gelernt. Aber ich muss sagen, irgendwie, irgendwie macht dieses Spiel Laune. Okay, wir kommen gut durch. Wir müssen in den Dschungel. Explosion da hinten, Bonuspunkte, alles für die Punkte. Ein reines Punktespiel. Na komm schon, der versteckt sich da hinten. Ja, jetzt laden wir nach. Und der kommt raus. Komm schon, ich hab keine Zeit. Na also, geht doch. Ah, ne Ladehemmung. Normalerweise kennt Rambo eigentlich gar keine Ladehemmung. Wow, der Heli, er wird zerrissen. Mann, die ganze Action hier drin. Die Animation, die Grafik. Ich bin so geflasht. Meine Männer brauchen mich. Jesus Christus! Ich bin so geflasht. Ich bin so geflasht. Okay, die Bande hier oben. Und wir müssen nach unten. Schon wieder die hier. Den da drüben hab ich ja noch nie gesehen. Wow. Okay, schweres M.G. da hinten. Jetzt brauch ich meinen ganzen Skill. Erstmal die Soldaten hier wegholen. Vielleicht ein bisschen Lebensenergie holen. Auch keine dumme Idee. Ah, wir sind geheilt. Sieht ganz gut aus. Und jetzt hier geben. Der macht immer genau zwei Salven. Bäm. Okay, wir haben den Flow. Jetzt ja keinen nervösen Finger bekommen. Denn die Jungs hier, die gehören zu uns. Die tragen keine Bambushelme. Keine Munition. Wieso hat John Rambo keine Munition? Rage-Modus. Haben die wieder voll. Okay, hier nochmal nachladen. Die bekommen wir auch aus der Deckung raus. Alles klar, sehr gut. Jetzt reiben wir die Punkte hoch. Da hinten eine Explosion. Meisterlich. Okay, ich brauch Lebensenergie. Ja, gerade schenken die mir ziemlich gut ein. Besonders der hier. Oh nein, noch mehr von denen. Ja, ja, die Charlies. Alles klar, da lade ich direkt nochmal durch. Mit einer Ladehemmung schicken die mich hier nicht raus. Okay, jetzt nochmal alles geben. Meine Lebensenergie Spine am Ende. Und hier drüben kommt die Rettung. Wie geht's mit ihr? Ich habe ihn. Ich sage ihn. Ich habe ihn. Ja, welche. Das ist wie wir da sein. So, das war sie, die erste Mission von Rambo, dem Videospiel und wir bekommen Rang 3, Levelaufstieg. Wir können uns hier immer diverse Dinge freispielen. Jetzt bekommen wir unsere Wertung nur einen Stern. Ich denke mal, wenn man dann die anderen Schwierigkeitsgrade nimmt, dann wird der Stern so ein bisschen höher. Ich habe jetzt hier normal gespielt, es gibt noch einfach und wir machen jetzt direkt weiter mit der nächsten Mission, denn die wird richtig genial. You're under arrest, son. Get your paws over your head and turn around, son. The hard way is fine with me. Okay, Freunde. Der kleine Rambo soll rasiert werden. Darauf steht er natürlich gar nicht. Und deswegen drehen wir hier auch direkt mal durch. Immer schön in die Augen. Aber wenigstens sieht hier jeder Bulle anders aus. Perfekt. Und nochmal hier perfekt in seine Fresse rein. Wir täuschen an. Damit hat niemand gerechnet. Der perfekte Hinterhalt. Wow. Mit Schwung. Ja, der ganz normale Morgen von John Rambo. Die tägliche Rasur. Und... Aber wirklich, jeder Bulle sieht hier anders aus. Nicht so wie bei den Vietnamesen. Jetzt verstehe ich es. Die wollten damit so ein Klischee machen, dass jede Asiate gleich aussieht. Tja, dann eben doch Rassismus hier bei Rambo. Messer mitgenommen. Nochmal hier perfekt zugehauen. Der letzte Mann. Kriegen wir ihn. Und wieder haben wir eine Mission beendet. Und machen direkt die nächste hinterher. Na komm, werden wir noch Rang 4? Jep, wir werden Rang 4.